so freunde hier haben wir die gute shakun light hoch 2 200 ultra lightweight gaming maus das glaube ich mit das neueste produkt aus dem hause shakun was so die gaming mäuse betrifft wir werden uns das ganze jetzt hier mal ein bisschen angucken ich habe mir gedacht ich nehme eine von shakun weil shakun jetzt nicht unbedingt die e-sports maus ist und ich sie auch relativ günstig bekommen habe ich glaube ich habe irgendwas um die 25 euro oder 21 euro bezahlt für das ding war im angebot ich dachte mir nimmst du mal mit guck sie dir mal an dadurch dass ich ja immer auf der suche nach leichten mäusen bin derzeit benutze ich ja immer noch die endgame gear und jetzt werden uns die hier mal angucken ich habe mir das soweit noch nicht angeguckt ich glaube es gibt die wechselcover das werden wir uns dann aber genauer noch angucken natürlich technische sachen werden wir uns dann auch noch genauer angucken aber sonst von der verpackung her sieht das jetzt nicht so spektakulär aus deswegen werden wir das ganze mal auspacken nicht mehr auspacken nicht mehr auspacken nicht mehr auspacken kyllisch ich bin das ist das Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ohne Kabel soll die Maus 62 Gramm wiegen. Ich habe jetzt auch nicht getestet, wie es sich verhält, wenn ich die Maus auf Waage lege mit der zweiten Vollschale. Des Weiteren haben wir hier die Omron-Switches verbaut. Und diese haben aber nur ein Circle Time von 20 Millionen Klicks, nicht von 50 Millionen Klicks, ganz, ganz wichtig. Also da weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat, warum man hier auf einmal dann bei einer 49 Euro Maus so einen abgespeckten Omron-Switches verbaut. Ich habe die Sharkoon Software von der Lite 200 jetzt mal runtergeladen und wir gucken uns das Ganze mal an. Ganz normal haben wir hier natürlich wieder die Tasten, die wir belegen können. Acht an der Zahl, 8 an der Zahl, also mit hoch runter scrollen, können hier Profile einstellen, Profile speichern. Man sieht, Treiber Version 1.0, also noch relativ neu die Maus. DPI-Einstellung haben wir 7 Stück. Wir könnten auch die Achsen selber einstellen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand mal nutzt, aber ich brauche immer noch standardmäßig eine. Ich spiele immer auf 1000, äh, 1000 sag ich schon, auf 450 DPI. Damit fahre ich eigentlich mit so gut wie jeder Maus gut. Gut, irgendwie nur nicht bei dieser Maus, aber davon mal abgesehen. Ähm, ja, wir können hochstellen bis 16.000 DPI, niedrigste ist 50. Also Spektrum ist sehr weit, finde ich schon mal gut. Einige lassen ja wirklich nur 100er Schritte einstellen, dass man hier wenigstens die 50er Schritte einstellen kann. Für meiner Meinung nach eine perfekte Sache. Also da schon mal ein Pluspunkt für die Software. Ähm, die Beleuchtung, ja. Ja, ihr habt ein paar Zyklen, die ihr einstellen könnt, wie bei jeder anderen Maus auch. Ganz normal RGB beleuchtet halt. Müsste ich jetzt, äh, ja, lügen. Ist ja irgendwas Tolles dabei. Ich habe meistens, äh, das entweder auf RGB-Zyklus stehen, weil meine Corsair-Maus, äh, beziehungsweise meine Corsair-Tastatur eh einen Fehler mit der Software hat und eh im Regenbogen sich immer dreht. Da ich sonst meinen Rechner nicht richtig runterfahren kann, also habe ich das meistens alles auf RGB-Zyklus stehen. Erweiterte Einstellungen, hier ist das schon ein bisschen, äh, wichtiger, was wir hier einstellen könnten. Standardmäßig ist Empfindlichkeit 10. Maus-Genauigkeit verbessern, das sind alles so eine Sachen, das ist so eine schwammige Aussage. Ich weiß nicht, was die Genauigkeit beeinflusst, was es sein sollte. Also, ja, da sollte man vielleicht mal ein Infofeld hinsetzen, ob es eine Kantenglättung der Maus ist oder eine Mausbeschleunigung. Also, also auf jeden Fall einfach so mauszauriger Genauigkeit, äh, hinstreiten, ist jetzt nicht meins. Also, ich habe es ausgemacht, ich habe es auch nicht getestet, weil es dann für mich noch komischer sich angefühlt hat. Äh, Empfindlichkeit habe ich 10 gelassen, weil ich davon ausgehe, dass das so der Mittelwert ist. Scroll-Geschwindigkeit interessiert mich so oder so nicht. Doppelklick-Geschwindigkeit interessiert auch eigentlich keinen von uns Gamern. Die Lift-Off-Distance, ähm, habe ich getestet, ist, äh, bei 1 eine ganz normale, ihr könnt die Maus hochnehmen. Äh, bei 2 ist dann schon so, äh, wenn ihr ein bisschen hochrebt, könnt ihr immer noch bewegen. Und 3 ist wirklich so extrem, da könnt ihr Millimeter hochgehen und ihr bewegt trotzdem die Maus noch. Also, ihr könnt eigentlich auch, äh, so gesehen, dann immer noch in der Luft mit der Maus spielen. Ist jetzt auch nichts für mich vom Drehen-Feeling her und so, aber, äh, ihr könntet. Dann habt ihr hier ganz normal wieder Makro-Management-Fenster. Ich benutze sowas auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendjemand mal wirklich in der Profi-Szene benutzt, Makro-Manager-Fenster. Äh, ja, vielleicht für Rapid Fire und dann werden sie irgendwo weggebannt oder so. Aber, ähm, ja, das ist eigentlich schon so die ganze Software. Die Software ist jetzt nicht so toll. Äh, ja, ich kann auch gleich schon das Fazit zu der Maus sagen. Für mich fühlt sich die Maus extrem billig an. Also, ich war erst begeistert, dachte so, boah, die ist, äh, ziemlich leicht. Und von der Form her könnte sie auch gut sein. Geht so ein bisschen in die Form von einer Razor-Death-Adder. Würde ich jetzt mal so gut sagen. Das kommt ungefähr hin. Ist also nicht meine Maus-Form. Ähm, hätte ich mich noch mit so ein bisschen anfreunden können. Aber einmal dieses Gitter. Es stört mich persönlich beim Zocken. Weil ich immer an diesen Löchern rumspiele und mich dann ablenken lasse, nicht mehr richtig konzentriere. Stört mich dann die Maustasten, äh, an der Seite sind zwar gut erreichbar, aber halt haben diese glatte Oberfläche, dass ich bei, äh, COD zum Beispiel, wenn ich am, äh, Sliden bin, dann abrutsche, die Taste nicht richtig treffe. Hat mich eigentlich ziemlich gestört. Äh, dann die Maus-Skates sind auch nicht so toll. An manchen Punkten reagiert die Maus dann durch die Maus-Skates. Also ich mache leichte Bewegungen und die Maus bewegt sich einfach nicht. Weil, keine Ahnung. Es ist genau der gleiche Sensor verbaut, ähm, wie in der, ähm, Endgame-Gear. Aber es fühlt sich ganz anders an. Also wirklich, als hätte man ein zweiklassiges Produkt, ohne die Maus jetzt schlechtreden zu wollen. Aber für den Originalpreis derzeit bei Amazon von 49 noch was. Keine Ahnung, ich würde es euch nicht empfehlen. Ich würde dann sagen, holt euch lieber eine Endgame-Gear, eine Microsoft, äh, Microsoft ist schon eine Maus von Logitech oder so. Aber für den Preis von 49 Euro eine Sharkoon-Maus, nein. 21 Euro, so das, was ich bezahlt hätte, für einen Einsteiger, der so eine Maus mal testen möchte. Kein Thema, aber nicht für diesen, äh, vollwertigen Preis von, äh, knapp 50 Euro. Da gibt es weitaus bessere Mäuse, ähm, ja, nee. Kann ich euch nicht empfehlen. Definitiv nicht. Hуйuck bei mir mal den, äh, vollwertigen 관�